Christian Mann, ich liebe dich. Du bist der, auf den ich immer gewartet habe. Mein Traummann. Mein Seelenverwandter. Meine zweite Hälfte. Und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Für immer, egal was passiert. Und deshalb frage ich dich, ob du auch dein Leben mitteilen möchtest. Oliver Sabel. Du hast mir gezeigt, was es heißt, sich zu lieben. Und füreinander da zu sein. Wie man sich streitet. Aber auch verwöhnt. Bitte Gott, Entschuldigung. Wie man sich versöhnt. Du hast mir gezeigt, wie man über sich hinauswächst. Und wie man sich was im Leben traut. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und deshalb, ja, ich will ja auch. Du hast mir gesagt, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Möchtest du mich heiraten? Ja, ich will. Ich liebe dich. Und ich dich. Ich liebe dich.